Hallo, ich bin Jana, ich bin Grafikdesignerin und habe in diesem Sommer ein Coaching mit Kerstin durchgeführt. Ich kenne Kerstin schon sehr lange, schon seit vielen Jahren, habe immer wieder ihre Vorträge gehört und bin sehr begeistert von ihrer Klarheit und diesen immens wichtigen Themen, die sie vorbringt, die gerade mich jetzt in diesem Augenblick auch sehr angehen. Denn ich gehe in die zweite Hälfte meines Lebens, meine Kinder sind aus dem Haus, ich bin zwar schon seit 15 Jahren selbstständig, aber ich brauchte dringend Klarheit und Motivation und auch einen Chubs, um einen Weg für mich zu finden, in meinem Geschäft nochmal auf völlig neue Füße zu stellen, herauszufinden, was sind meine wirklichen Kernkompetenzen, was ist das, was ich wirklich machen will und wie kann ich das in die Öffentlichkeit bringen und wie kann ich gesehen werden. Ich habe in diesem Coaching mit Kerstin eine neue Positionierung gefunden als Grafikerin für Speakercoachs und Trainer und was mich besonders begeistert hat, ist, dass Kerstin innerhalb von drei Minuten ein Slogan entwickeln konnte, den ich in drei Jahren nicht zustande gebracht habe. Kerstin hat viel Humor, geht sehr liebevoll und extrem streng in einem solchen Coaching mit ihren Klienten um, jedenfalls mit mir und ich kann sie von ganzem Herzen empfehlen. Ich kann sie von ganzem Herzen empfehlen, wenn man wirklich für sich selbst nochmal neu starten will und herausfinden will, wo soll es dann jetzt hingehen, wo liegt die eigene Zukunft, dann ist Kerstin absolut die richtige Partnerin. Kerstin Kerstin